Lernen. Es geht immer nur ums Lernen. Das Lernen, das sie überanstrengt. Nur die besten Noten erreichen. Alles zu meistern oder alles zu verlieren. Ist es nur das, oder ist es nicht noch viel mehr? Wir wussten, dass die Welt nicht vollkommen ist und dass es manchmal Sachen gibt, die als banal und nicht zukunftsweisend erscheinen. Wir haben für unsere Verantwortung innerlich immer wieder neue Maßstäbe gesetzt. Und dass es viel mehr ist als das. Es geht um den Geist, die Leidenschaft, die Herausforderung und die Kämpfe. Wer풍 All clear. Lernen. Wir sind was hin. Was? Wir brauchen Menschen also zu Covid. Wir müssen das weg. Am 10.03. sehen wir uns live um 18 Uhr. Dabei bekommt ihr neben spannenden Informationen zu unserer Schule den Wettbewerb, ob Herr Schanz und ich uns gegen die Schulgemeinschaft durchsetzen. Natürlich gibt es auch wieder eine Informationsveranstaltung. Alle Infos dazu findet ihr auf www.silberkamp.de live. Es ist so viel mehr als nur das Offensichtliche und Banale. Das ist so viel mehr als nur das Offensichtliche und Banale. Das ist so viel mehr. Vielen Dank.